Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin gerade aber hier unten. Wisst ihr was, gerade eben kam ein Paket an und da war ein Geburtstagsgeschenk für mich drin. Was war drin? Sag ich dir nicht. Nicht raten, nichts bitte nicht. Ein Handy? Nein, nein. Schluss jetzt. Ich hab bald Geburtstag. Aber teure Unterhosen. Von Gucci. Wir sind wieder zurück aus dem Urlaub, war richtig geil. Aber Mama meinte eben, sie würde gerne mal bei Ash ein Zimmer durchsuchen. Ich meinte, jo, bin ich dabei. Ja, immer wenn ich zum Beispiel sein Zimmer aufräume, schreibe mir die Zuschauer, du schnüffelst das ganze Zimmer bei ihm. Genau, das werden wir uns auch machen. Jetzt müssen wir Ash überreden, dass wir es machen dürfen. Jetzt habe ich aber noch etwas anderes vor, dafür muss ganz was auch oben. Und zwar haben wir hier oben so eine Box mit Zahlenschloss, der Code ist 0000, ganz simpel. Hier werde ich jetzt ganz viele verschiedene Sachen reinmachen, die Mama besser nicht bei Ash im Zimmer findet. Ich bin super gespannt. Ich hoffe, sie wird die Box finden. Bei Ash hoffe ich es nicht. Ich werde Ash auch nicht sagen, was drin ist. Was geht? Moin Moin. Könntest du ganz plötzlich alle stehen und liegen lassen für eine halbe Stunde und aus dem Zimmer gehen und Mama und mich hier durchlassen? Eigentlich nicht. Was? Eigentlich nicht. Ich habe auch eine Idee, was du dafür kriegst. Perfekt, der hat nicht meine Hose an. Deswegen fühle ich ganz oben. Warum sitzt du hier in Unterhosen? Papa macht es auch. Das ist halt von deinem Vater. Oh, ne Handy kann es auch hin. Lass mal deine Handyhose liegen. Auf gar keinen Fall. Lass uns jetzt einfach so eine halbe Stunde hier drin. Guck mal, freiwillig. Okay, 3, 2, 1, go. Wir haben jetzt 30 Minuten lang Zeit, egal was wir zu machen, was wir wollen. Ich fand, wir waren letztens an seinem PC, da musst du dir nochmal was nachschauen. Mama, was wolltest du immer mal? Du räumst auf? Hier komm auf. Du. Ich werde es auch meinen PC anschmeißen. Hä? Alter. Wo hat denn die denn her? Die habe ich mir eigentlich gekauft in Dubai. Hä? Die hat er mir geklaut. Was? Hat er dir geklaut? Ja. Die habe ich mir am Flughafen geholt, weil ich dachte, die sind geil. So ne? Ich habe ja nicht mal probiert bisher. Boah. So klaufe die dann jetzt. Lecker. Perfekt. Was ist denn das hier alles? Zum schmerzhaften Teil. Wir gehen Google. Gehen Verlauf. Hört sich gut an. Boah. Ich glaube, das ist richtig hart. Hä? Das darf er doch nicht mehr. Okay. Irgendwie hier irgendwelche YouTube-Videos. GTA. Yo. Er guckt GTA-Videos. Was ist das hier alles? Das ist ein Sacktieb ja nie mehr im Leben gesehen. Hat alles irgendwas mit GTA zu tun, ne? Alles. Er darf es aber gar nicht spielen. Er darf es nicht spielen. Was? GTA? Ja. Echt jetzt? Okay. Nice Idee. Programme hinzufügen und dann entfernen. Oh mein Gott. Wartieren wir mal ein bisschen aus. Guck mal hier. iTunes. Das brauchen wir bestimmt nicht mehr. Zu dem wir den Kram. Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Lass das. Das brauchen wir nicht. Schönes WhatsApp. Das brauchen wir nicht. Nein. Lass das da drin. Manchmal ist dein Handy weg und dann schreibt sie uns da drüber. Yo. Das ist geil. Das ist ein Rockstar, geil. Das ist GTA. Soll ich drauf drücken? 3, 2, 1. Ich würde sagen. Ash. Was steht da? Die installieren. Oh. Was ist das hier alles? Ja, machen wir auch mal direkt. Oh. Er ist schon offiziell. Kein GTA mehr auf dem PC. Guck hier. Rockstar Games wurde erfolgreich vom System entfernt. Sehr unangenehm. Weißt du was da drauf ist? Nein. Weiß ich nicht. Lass das. Lass das. Das darfst auf keinen Fall. Wieso? Nein. Da gehst du nicht drauf, Max. Geht nicht. Geht nicht. Das geht. Du sollst aus deinem, du sollst aus dem Zimmer rausgehen. Was wir gerade angerufen? Du, du gehst, du gehst, du gehst hier raus. Nee. Ne, du steh mich wieder aus. Ich nehm mich mit. Raus. Kann ich die Maus wieder haben? Auf gar keinen Fall. Du darfst heute Abend auch so lange zocken, wie du willst. Nein. Hallo. Er darf nicht so lange zocken, wie er will. Maus dein Handy lässt du hier? Nein. Dafür darfst du heute zocken, wie lange du willst. Nein, darf er nicht. Doch. Ich klär das mit Mama. Nee. Raus. Ciao. Er hat wirklich das Handy hier gelassen. Weißt du, wie man da reinkommt? Äh, nein. Wusste ich noch nie. Boah, das müssen wir legen. Also er hat auf jeden Fall einen 4-stelligen Pin. Guck mal mit dem Geburtsdatum. Ne ist es nicht. Du darfst doch... Hallo, lass das. Das sperrt sich gleich. Eine Minute ist schon gesperrt. So lange geht es weiter. Ich möchte immer noch aufräumen. Ja. Junge, du musst... Du darfst ja nicht reinkommen. Du musst es dir machen lassen. Geh ins Wohnzimmer. Ciao. Okay. Was hat er denn da alles drin? Mh. 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 Machst du da? Nicht. Ja, immer Ketchup im Zimmer. Komm hier rein. Mh. Oh, Junge. Auch wenn die Zuschauer dauernd schreiben. Ja, du dich wüsst, dann ist ja nichts zum durchwühlen. Oh. Braucht er das eigentlich? Was ist das? Das ist das Kissen da für den Stuhl. Oh mein Gott. Nein, braucht er nicht wahrscheinlich. Und hier ist noch was. Was ist das? Weiß ich nicht. Kenn ich nicht. Das kenn ich nicht. Junge. Ey. Geweckt er. Hopp. Du gehst weg. Was bin ich mal rein? Kannst du mir mal sagen? Was bin ich mal rein? Nö, ich mach kaputt. Mama sagen wir uns aufhören. Mh. 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 Ne, Freitag waren wir einkaufen. Freitag oder Samstag. Ja, okay. Schmeckt mir noch ganz gut. Was ist das für eine Box? Ich hab sie noch nie gesehen. Und vor allem welche Zahlen müssen wir da eingeben? Es ist irgendwas drin. Was? Möchtest du selber gucken? Ich sehe mich jetzt zu euch. Wir haben noch 23 Minuten Ash-freie Zeit. Ich bin jetzt mit euch hier. Moin, Leo. Wem gehört denn die Box? Mir. Seit wann hast du so eine Box und was ist das? 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 Sind ihr rum? Was ist das? Das oder? Die ist leer. Wirklich? Nee, weißt du. Hallo? Hab ich gar nicht gesehen. Was ist das? Warum liegt es hier bei dir drin? Hab ich gar nicht gesehen. Deswegen gehören die. Krass, was hast du hier gemacht? So Ash, kannst du jetzt bitte einmal wieder rausgehen? Hast du dein Glück? Was soll? Hast du eine Freundin? Nein. Sicher? Ja. Wer war denn hier letztens da, als Mama und Papa irgendwie über Nacht weg waren? Ein Freund. Ein Freund? Ich besuche verschiedene Geschmacksrichtungen. Das war meine. Ich hasse es nicht. Okay Ash, du musst jetzt wieder raus. Warum hast du dein Handy so genutzt im Schwert? Oh, sorry. 20 Minuten Zeit, egal was hier zu machen. Was machen wir jetzt? Ist da oben irgendwas in den, ähm, in seinem Tüten? Da was drin ist? Man versteht auch irgendwas. Denkst du jetzt versteht hier was stehen? Der Kassenzett. Der Junge ist hier oben viel Staub, Alter. Warum lässt ihr die Schuhkartons hier oben liegen, bitte? Weiß ich nicht. Ich muss dir fragen. Oh! Okay. Wow! Alter, wie... Jo, übertreibt. Schätzt jetzt in den Kommentaren, wie viel das hier ist. Wir geben das demnächst mal ab. Ich schau bei jedem vorbei, der richtig rät. Du brauchst Kleingeld. Alles klar, gönn dir ein paar Euro. Wir gehen 10 Euro da raus. Alles klar. Das ist Ash, das ist Ash Geld. Du glaubst jetzt 10 Euro? Ich kann es doch nicht mehr. Mama kann es doch nicht. Hier könnte ich sagen. Ey, kannst du mal die... Was willst du hier die ganze Zeit? Guck es alle zwei Minuten, versteckst du hier noch irgendwas? Was ist das meins, oder? Jo, hau rein. Ey, so oft wie Ash hier reinkommt. Ich wollte überhaupt nicht, dass ich hier in dein PC gehe. Was willst du hier? Was willst du, Junge? Wir sind fixerlich. Machst du das? Wir können... Das magst du nicht. Das magst du nicht. Was magst du nicht? Ich bin doch einmal auf Twitch gelandet. Ey, sag mal. Sag mal. Wie bist du da reinkommen? Wie bist du da reinkommen? Siehst du? Ohne Maus. Ich muss noch mal kurz kurz die Regeln hier nachbessern. Das hat kein Sinn. Ich konnte mich gestern auch nicht gegen wehren. Ey, schau auf! Was fehlt das? Weiß ich nicht. Was war das? Aaaaaaah! Okay, sorry. Tut mir leid. Tut mir leid. Okay, Max hat noch besser den Griff, oder wie? Okay. Junge, deinem Haus ist ein Schrott. Wieso geht das nicht mehr? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Komm, deaktiviert, Wendy. Das geht? Ja. Der PC geht nicht mehr. Hallo, Junge. Hier geht nichts mehr. Ach, was. Feierab, jetzt. Ja, genau. Die PlayStation muss ich auch noch mitnehmen. Mach. DS5. Mach? Mach. Du sagst mach? Du hast dich nicht an die halben Stunde gehalten, also? Leute, ich würde sagen, wir brechen an der Stelle ab. Ich hab zwar eigentlich noch Zeit. Aber Esch nicht. Ich glaube, Esch bereut, dass er ja gesagt hat vorhin, oder? Also, Leute, ich würde sagen, ich breche ab an der Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.